In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man eine Permutation erkennt bzw. wie man die Anzahl der Permutationen mit und ohne Wiederholung bestimmen kann. Als erstes will ich euch eine kleine Übersicht über die drei wichtigsten kombinatorische Mittel geben. Zuerst die Permutation. Die gibt es in zwei Varianten ohne und mit Wiederholung. Das gleiche für die Kombination auch ohne und mit Wiederholung und als letztes die Variation auch ohne und mit Wiederholung. In diesem Tutorial werden wir uns natürlich nur um die Permutation kümmern. Wenn ihr Tutorials zu den anderen zwei Themen sucht, findet ihr sie am Ende im Abspann. Als erstes die Permutation ohne Wiederholung. Um ehrlich zu sein, könnte ich an dieser Stelle einfach eine Formel zeigen, wie man sie anwendet und anhand von zwei Beispielaufgaben durchziehen und damit wäre die Sache erledigt. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Diejenigen von euch, die Permutationen brauchen, brauchen meistens auch noch Kombinationen und Variationen. Und um die Formel für Kombinationen und Variationen zu verstehen, ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr zuerst versteht, wie eine Permutation überhaupt entstehen kann. Aus diesem Grund werden wir uns jetzt die Formel für Permutationen anhand einer Beispielaufgabe zusammenreiben. Und hier die Aufgabenstellung. In einer Badewanne befinden sich drei verschiedene farbige Gummienten. Eine rote, eine grüne und eine blaue. Und da sind sie. Die Fragestellung will von uns wissen, auf wie viele verschiedene Arten lassen sich diese Gummienten nebeneinander anordnen. Wenn wir jetzt keinen blassen Schimmer von Permutationen haben, bleibt uns nur eins übrig, alles irgendwie darzustellen. Und das machen wir jetzt auch. Also die erste Möglichkeit ist diese hier. Eine rote, eine grüne, blaue Ente. Die zweite Möglichkeit wäre, einfach die grüne und die blaue zu vertauschen. Dann haben wir noch grün, rot, blau. Und natürlich noch grün, blau, rot. Blau, rot, grün. Und die letzte Möglichkeit, die sechste, ist dann blau, grün und rot. Diese Taktik funktioniert natürlich ganz gut, weil wir nur drei Enten haben. Aber stellt euch vor, ihr habt vier Enten. In dem Fall wären es schon 24 Möglichkeiten. Das hat niemand Lust und Laune zu zeichnen. Aus diesem Grund entsteht die Notwendigkeit für eine Formel. Das Ganze können wir uns vereinfacht so vorstellen. Es sind drei Plätze vorhanden. Und die können wir nummerieren von 1 bis 3. Und drei verschiedene Enten, natürlich. Den ersten Platz können wir mit jeder der drei Enten belegen. Ich nehme in diesem Fall die rote Ente. Ist diese Stelle besetzt, so bleiben für die Besetzung des zweiten Platzes nur noch zwei Möglichkeiten. Und ich entscheide mich jetzt für die grüne Ente. Und für den dritten Platz bleibt natürlich nur noch eine Möglichkeit. Und das ist die blaue Ente. Also, Schlussfolgernd können wir dann eigentlich sagen, die Anzahl der Bemutationen von drei verschiedenen Gummi-Enten ist daher berechenbar mit 3 mal 2 mal 1. Also, das entsteht daraus, dass es für den ersten Platz drei Möglichkeiten gibt, für den zweiten Platz zwei und für den letzten Platz nur noch eine Möglichkeit. Mathematisch tut man das zusammenfassen mit drei und einem Ausrufezeichen. Das nennt man mathematische Fakultät. Das ist einfach eine Abkürzung für diese Rechnung. Und wenn wir das Ganze ausrechnen, kriegen wir natürlich auch 6 raus. 3 mal 2 mal 1 sind 6. Und auf diese Weise haben wir uns eine Formel für die Anzahl der Bemutationen ohne Wiederholung zusammengesetzt. Das können wir natürlich auch allgemeinern. Damit meine ich, die Anzahl der Bemutationen von n verschiedenen Elementen, Also, n steht jetzt in diesem Fall bei diesem Beispiel für die Anzahl von Enten, ist berechenbar mit p gleich n Fakultät. p steht einfach für die Anzahl der Bemutationen. Und n Fakultät ist allgemein die Anzahl der Enten. Und es wird so geschrieben und als n Fakultät ausgesprochen. Und die allgemeine Formel für n Fakultät lautet n mal n minus 1 und so weiter bis 1. Also, alle Zahlen von n bis 1 miteinander multipliziert. Als nächstes natürlich die Bemutation mit Wiederholung. Also, lesen wir uns die Aufgabenstellung durch. In einer Badewanne befinden sich 4 Gummienten. 2 rote, 1 grüne und 1 blaue. Auf wie viele verschiedene Arten lassen sich diese Gummienten nebeneinander anordnen? Was ist der wesentliche Unterschied im Vergleich zu der Aufgabenstellung davor? Beim Durchlesen sollte euch aufgefallen sein, dass es diesmal 4 Gummienten sind. Okay, gut, für uns heißt das n ist gleich 4. Und dann 2 rote. Das bedeutet, die eine Farbe wiederholt sich jetzt. Das ist natürlich auch der Grund, wieso das Bemutation mit Wiederholung heißt. Gut, dann sieht die Situation entsprechend so aus. Wenn man sich jetzt Gedanken über die Anzahl der Anordnungen macht, sollte von vornherein klar sein, dass es bestimmt nicht 4 Fakultät-Anordnungen sind, so wie die Formel vorher. Übrigens, nur mal am Rande, das wären ja 24. Also, das trifft nicht zu, sonst gäbe es kein zweiter Fall hier an der Stelle. Die Frage stellt sich nur, sind es weniger oder mehr Anordnungen? Natürlich müssen es weniger sein, weil sich eine Farbe wiederholt. Okay, dann schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Also, wir haben hier wieder unser Entchen. Und praktisch die 2 rote kann man dann immer vertauschen. Wenn man sie vertauscht, macht das natürlich keinen Unterschied für die Anordnung. Oder anders formuliert, durch das Vertauschen der beiden roten Enten entsteht keine neue Anordnung. Okay, was auch klar sein sollte, ist, es gibt genau 2 Möglichkeiten, sie zu vertauschen. Also, so wie es dort dargestellt ist, entfällt dann eine Möglichkeit. Das Problem ist, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Diese 2 rote Enten können überall in dieser Anordnung verteilt sein. Das bedeutet, es fallen ziemlich viele Möglichkeiten weg, um genauer zu sein, genau die Hälfte. Und natürlich entfallen nicht immer die Hälfte der Möglichkeiten, das ist immer abhängig von der Aufgabenstellung. Weil, die Formel, mit der man das in diesem Fall berechnet, sieht so aus. Also, pw, p steht für die Anzahl der Bermutationen und w, weil sie mit Wiederholungen sind, das war jetzt meine Notation an dieser Stelle, wird berechnet, indem man 4 Fakultät, also die Gesamtanzahl der Möglichkeiten, die wir gehabt hätten, wenn die Enten verschieden wären, durch 2 Fakultät teilen. 2 Fakultät entsteht praktisch aus dem Grund, dass diese 2 Enten rot sind. Allerdings wäre die Formel eigentlich ein bisschen länger, nur das beeinflusst nicht das Ergebnis. Also, ich versuche das zu verdeutlichen. Natürlich haben wir zwei rote Enten, deshalb steht hier 2 Fakultät, aber wir haben auch eine grüne Ente, deshalb käme hier hinten nochmal 1 Fakultät. Und 1 Fakultät ist natürlich 1. Und noch eine blaue Ente, und das wäre auch noch ein 1 Fakultät hinten. Wie gesagt, diese zwei Terme beeinflussen nicht das Ergebnis, von daher geben wir uns zufrieden eigentlich in diesem Fall mit 4 Fakultät durch 2 Fakultät, was wir eigentlich auch ausrechnen können. Also machen wir es doch ausführlich. 4 Fakultät sind 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und 2 Fakultät sind natürlich 2 mal 1. Dann können wir kürzen, die 2 kürze ich weg mit dieser 2. Und dann bleibt ja oben nur noch 4 mal 3, und das sind 12. Wenn ihr jetzt dagegen 4 Fakultäte ausrechnen würdet, sind natürlich 24 Möglichkeiten. Deshalb habe ich vorher gemeint, es empfällt die Hälfte. Und natürlich können wir diese Formel auch allgemeinern. Die Anzahl der verschiedenen Permutationen von n Elementen, unter der sich jeweils n1, n2, beziehungsweise bis nk, gleiche befinden könnten, ist mit folgender Formel berechenbar. pw ist gleich n Fakultät durch das Produkt der Fakultäten der Anzahl der einzelnen Elementen. Für den Fall, dass euch die Formel auf Anhieb nicht so viel sagt, gleich werden wir ein paar Beispielaufgaben lösen, dann klärt sich das Ganze. Nachdem wir uns jetzt gleich gemeinsam zwei kurze Beispielaufgaben anschauen werden, werde ich das Ganze nochmal übersichtlich zusammenfassen. Zu der ersten Beispielaufgabe. Auf fünf verschiedenen Karten befinden sich fünf verschiedene Buchstaben. M, I, L, I und S. Wie viele verschiedene Wörter, in diesem Fall sinnvolle oder sinnlose, kann man aus diesen fünf Buchstaben bilden? Naja, in erster Reihe solltet ihr erkennen, es sind nur verschiedene Buchstaben. Das bedeutet, es handelt sich um eine Permutation ohne Wiederholung. Daher nehmen wir unsere Formel und sie lautet n Fakultät. In diesem Fall haben wir fünf verschiedene Buchstaben. Man kann sie auch zählen. Also müssen wir einfach nur fünf Fakultäte ausrechnen. Das sind ausführlich geschrieben 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und ausgerechnet ergibt das 120. Also Antwort wäre 120 verschiedene Wörter. Die zweite Beispielaufgabe. Es werden sieben Kugeln betrachten, die mit Zahlen beschriftet werden. Dabei tragen drei Kugeln die Zahl 1, zwei Kugeln die Zahl 5 und jeweils eine Kugel die Zahlen 4 und 8. Wie viele siebenstellige Zahlen kann man mit Hilfe dieser Kugeln bilden? Okay, ich glaube beim Überfliegen oder Durchlesen habt ihr schon erkannt, es handelt sich um eine Permutation mit Wiederholung. Grund dafür ist, okay, wir haben zwar hier sieben Kugeln, aber wir haben drei Kugeln, die mit einer 1 beschriftet sind, zwei Kugeln, die mit einer 5 und jeweils eine Kugel mit einer 4 und einer 8. Okay, zur Erinnerung, die Formel sah so aus. Versuchen wir mal diese Formel anzuwenden. Also wir können dann entsprechend auch sagen, pw ist gleich. n ist ja klar, das sind diese Gesamtanzahl der Kugeln, also sieben. Dann haben wir oben sieben Fakultät. Durch. So, und jetzt nehmen wir als erstes die Kugel, die die Zahl 1 zeigen. Davon haben wir 3. Das heißt, als erstes schreiben wir hin, unten, 3 Fakultät. Dann die Kugel mit der Zahl 5. Davon haben wir 2, also mal 2 Fakultät. Und wenn wir das Ganze ausführlich machen wollen, natürlich noch die anderen Kugeln. Wir haben eine mit einer 4, deshalb mal 1 Fakultät. Und nochmal mal 1 Fakultät für die Kugel, die eine 8 trägt. Also, ich hoffe spätestens jetzt hat sich geklärt, wie diese Formel aufgebaut ist. Und wie sie funktioniert. Also das Ganze können wir dann ausrechnen, auch ausführlich schreiben oder in Taschenrechner intippen. Ich habe es jetzt in Taschenrechner eingetippt. Es kommen einfach 100, 420 Möglichkeiten raus. Und jetzt, wie versprochen, eine kleine Zusammenfassung. In erster Reihe haben wir gemerkt, eine mögliche Anordnung von n Elementen heißt eine Permutation der n Elemente. Und davon gibt es halt 2. Erstens, wenn alle n Elemente voneinander verschieden sind, dann nennt man das Permutation ohne Wiederholung. Und die Formel dafür war einfach n Fakultät. Zweitens, wenn unter den n Elementen jeweils n1, n2 bis nk einander gleich sind, dann nennt man das eine Permutation mit Wiederholung. Und die Formel habe ich auch nochmal unten abgebildet. Wenn bedarf, drückt auf Pause und schaut euch alles in Ruhe an. Zum Schluss noch ein paar wichtige Hinweise. Permutationen sind eine wichtige Grundlage, um Kombinationen und teils auch Variationen zu verstehen. Außerdem wird es auch sehr oft bei weiterführenden Aufgaben der Wahrscheinlichkeitsrechnung benutzt. Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017